er kommt ruhig her die können ziemlich schnell angreifen muss ich sagen was willst du denn was misst du dich ein so eine weg hat sogar essen getroppt so nummer zwei ist weg wer hat gerade hunger niemand okay so kommen noch mehr jahr da sind noch zwei du kannst immer noch nicht ein special move benutzen du aber wenigstens vergiften sie zurzeit nicht mehr so gut du dürftest ja eh nicht so leicht vergiftet werden mit dem gift schutz amulett da ist noch eine mal fangen das ist nicht so toll schon wieder mal fangen schon wieder mal fangen ich habe nichts gesagt blödes ding vor allem das ist ein revolver die dürfte nicht so oft mal functions haben ein secret mirror gauntlets und noch ein zettel was steht denn da mirror gauntlets ein geschenk für buchhol den hedonist ist blattet remains needs needed six vessels cool da sind sie mit dem schiff gerade auf nix insel gekommen was bringen die protection plus art resist naja was war ich mit den ganzen zetteln die ich nicht mehr brauche ich glaube die lasse ich hier wirklich liegen den brauche ich nicht mehr das gift brauche ich nicht mehr wendorf 4 brauche ich auch nicht mehr das behalte ich mal das bräuchte ich auch nicht mehr den zugang haben wir schriftrollen behältern echt großer wäre nicht schlecht gewesen eine falltür eine geschlossene falltür falcons geier ist nicht schlecht und da ist wieder eine kammer zwei orte wo es rund dinger wo es runter geht also einmal klettern bitte bei jungs scheiße da ist kein problem ist wirklich kein problem die sterben wie die fliegen und machen kaum schaden definitiv ich hätte hier früher hinkommen sollen so da habe ich gerade ein teleporter geöffnet schaut wo brauchen wir nicht was ist der wolle was ist der wolle ist das der doppelschuss probieren ich habe nämlich so das gefühl ein antivenom hey das ist praktisch okay das hat mich einfach nur hier runter gebracht dann okay beide gänge führen wenn ich das richtig gesehen habe von beide dinger darunter nur das hier könnte woanders hinführen habe ich weiß nicht wie man das aufkriegt klopf fragezeichen klettern wir noch mal runter ja hier ist der short bow hier kommen wir nicht durch und hier würde ich irgendwie gerne weiter gehen aber ich sehe keinen knopf und du machst hier nur auf und zu okay gut dann schätze ich mal stein und stein macht hier zu okay hat einer von den beiden hier aufgemacht vielleicht bingo ein goldener schlüssel okay hier geht es wahrscheinlich wieder nach woanders ganz woanders hin hey kumpel äh ja das kam unerwartet aber auch wenn sie kaum schaden machen wir brauchen nichts übertreiben so das hier ist jetzt echt easy mode irgendwie habe ich das gefühl da muss ich mich fast schon fast schlecht fühlen die einfach so nieder zu knüppeln so das ist einfach nur der weg wieder nach oben okay gut dann geht es wohl hier jetzt weiter eine kammer oh au nein 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 ach stimmt hier ihr wart hier gar nicht mehr gar nicht so hart genau ihr geht so schnell kaputt na euer schaden ist aber trotzdem nicht zu unterschätzen healing potion kannst du gleich mal einen verleiben die haben nichts besonderes getroppt du auch nicht licht geht wieder aus so das bedeutet da lang geht es da rein gut secret found book of air das ist wieder es ist shock skills estates shock 2 shock 9 shock 26 shock 74 äh du noch ein anti-venom für dich hier sonst ist hier nichts hey ja ja toll das hier war die ganze zeit nur ein secret ich dachte dass wir hier so ein ausgefuchstes rätsel so ja ich habe so eine vermutung sehr schön sehr schön äh und jetzt hey ja toll durchwerfen ist nicht und der stein ist zu kurz kann ich irgendwas längeres da hinlegen das kann ich auch nicht von der anderen seite auf aufnehmen so geht hinter mir das ding zu so gehen ja beide zu wenn ich eine platte nicht drücke okay wie löst man das am besten ups nicht so jedenfalls nicht so und nein ich werde jetzt keine heiltrecke verschwenden der blaue kristall ist da unten der ist mir aber jetzt gerade egal ich komme damit klar im augenblick ich bin überwütig ich weiß ja gut hätte ich auch gleich drauf kommen können so aber irgendwie habe ich ein ungutes gefühl okay hat sich zum glück nicht bestätigt das ungute gefühl ich will aber meine steine gern wieder haben so und du hast mal ein Stück Schlange so dann habe ich meine steine wieder hier hätte ich eine kanonenkugel aber wie gesagt die kanone die gebe ich meinem alchemisten nicht in die hand das ist ein bisschen übertrieben zumal das teil scheiße schwer ist lp 0,9,4 so ich habe zwar immer noch die vermutung dass hier noch was rumschlurft aber da ich den gang dahin nicht finde so jetzt einfach hier wieder mal raus also ja hier hinter den wänden hinter der wand vor allem obwohl jetzt höchte auch nichts mehr gut okay steine wie muss ich das jetzt hier machen es sind kann ich die fackel da mitnehmen ich könnte nämlich da drüben gebrauchen ich muss hier noch zu machen und hier zu machen okay also muss ich hier zu machen und hier zu machen ist ja auch irgendwo wieder ein knopf zum drücken von dem ich nicht weiß was er tut ob es naja noch eine fackel mitnehmen so haben wir wieder drei fackeln das ist eine gute idee ich habe echt keinen plan was der knopf hier getan hat okay ich habe gerade was zu gehen gehört ich drücke lieber noch mal wo war er jetzt wo war er jetzt ich habe jetzt auch hier ich habe es ich habe es ich habe es auch hier ich habe es Vielen Dank.